Ja, hey Leute und willkommen zurück bei Einstiegende Riff Aquaristik. Heute geht es um das Riffgestein. Bleibt dran! Ja, willkommen zurück und wie die Überschrift schon sagt, geht es heute um das Riffgestein. Ich hatte in meinem letzten Video schon erzählt, es gibt einmal die Riffrocks, dann gibt es die Carapsea-Live-Rocks, dann gibt es einmal das Lehmgestein und Riffkeramik. Da es momentan ein bisschen schwierig ist, lebendes Gestein zu bekommen, habe ich mich persönlich für das Totgestein entschieden und ich habe da Riffäste genommen. Und ja, ich stelle mir halt so einen Aufbau vor, der auf der einen Seite so ein bisschen fester ist und dann hier mit so einer schwebenden Zunge nachher ist. Das finde ich immer ganz cool, weil ich stehe so ein bisschen auf diese schwebenden Aufbauten und zeige ich euch dann gleich noch ein paar Bilder. Ich habe da ein paar Bilder von gemacht. Ja, Lehmgestein ist wie gesagt momentan schwer zu bekommen. Die haben da jetzt einen Einfuhrstopp gemacht und die wollen halt einfach diese Korallenriffe jetzt ein bisschen mehr schützen. Beim Aquarienhändler Akzeno in Pinnelberg, da haben sie jetzt wieder welches bekommen. Das kommt aus Australien jetzt, nicht mehr aus Bali. Und da ist einfach das Problem, da kostet der Kilopreis jetzt zwischen 20 und 25 Euro und das finde ich schon ein bisschen happig. Ja, ich habe es für das Totgestein, habe ich jetzt 7,50 Euro bezahlt. Da kann man absolut nicht meckern. Ich habe da jetzt 60 Kilo von genommen, bin jetzt bei 450 Euro gelandet und ich habe halt nur Riffäste genommen. Und ja, ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder mit dem Aufbau. Und jetzt haben wir natürlich Totgestein, das heißt, da sind ziemlich viele Schadstoffe drin. Damit diese nachher nicht im Becken landen, muss man gucken, dass man das Riffgestein erstmal noch ein bisschen hält hat. Viele gehen dann mit Natronlauge und so weiter bei. Ich habe es jetzt einfach nur mit Leitungswasser momentan erstmal gemacht und habe heute das erste Mal auch nachgesalzen, weil ich habe halt alle zwei bis drei Tage jetzt einen Wasserwechsel machen müssen, weil es halt nach einer Zeit lang ein bisschen anfängt zu müffeln. Und ja, habe ich das Wasser komplett getauscht. Heute das erste Mal Salz mit zugegeben, weil sonst wäre es einfach zu schade gewesen. Salz ist ja auch nicht gerade günstig und ich habe da jetzt 142 Liter Wasser drin und 60 Kilogramm Riffgestein. Und ich müsste da, knapp 5 Kilo müsste ich da jetzt an Salz immer jedes Mal reinmachen und das ist mir einfach zu schade dann dafür. Ja, ich habe das jetzt in 200 Liter Fass im Keller und ich zeige euch da gleich nochmal ein Video von. Das habe ich vorhin noch gemacht, denn könnt ihr es auch einmal kurz sehen. Ja, und ich habe hier auf dem Tisch einmal einen Probeaufbau gemacht. Da habe ich jetzt ein paar Bilder geschossen, die blende ich jetzt einfach mal ein und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet und könnt ja mal kommentieren, was ihr so zu dem Aufbau sagt. Also ich werde natürlich nachher, wenn das Becken steht, werde ich nochmal einen kompletten Riffaufbau starten, ein komplettes Video davon machen, detailliert und so weiter. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das denn alles so wird. Ja, wo wir gerade beim Riffaufbau sind, ich habe mir nochmal einmal dieses Riffbond geholt. Das ist einfach so ein Korallen- und Riffmörtel und mit dem kann man halt das Gestein nachher super zusammenkleben und die Verarbeitungszeit ist hier auch nur 5 bis 15 Minuten. Das heißt, sobald der Riffaufbau fertig ist, kann man auch gleich starten mit der Beckenbefüllung. Das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Lebendgestein bekommt noch irgendwo, dann sollte das ziemlich schnell aushärtend sein, damit das Lebendgestein halt nicht zu lange im Trocknen liegt und dann auch das Problem ist, dass irgendwas abstirbt da drin. Wenn das jetzt eine Stunde ist, also das ist kein Problem. Wie gesagt, die Bakterien, die sitzen im Gestein, nicht auf dem Gestein und sollte es aber nachher länger sein, dann trocknet das Gestein durch und dann bekommt ihr echt Probleme und dann habt ihr praktisch Totgestein, frisches Totgestein im Becken. Ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder jetzt. Ja, das sind jetzt die Riffäste und wie ihr sehen könnt, das sind ziemlich große Stücken. Also da sind welche bei, die haben 60, 70 Zentimeter. Ja, und aus den Ästen habe ich mir jetzt folgenden Aufbau gemacht. Schaut her. Ja, wie ihr jetzt auch auf dem letzten Bild sehen könnt, ist es ein lockerer, luftiger Aufbau. Aber da es auch dicke Äste sind, die ungefähr so dick sind, hat man auch genügend Stellfläche für Korallen. Ja, und ich finde halt diese schwebende Zunge am Ende finde ich klasse. Und ja, ich mag das halt gerne mit Riffästen und ich glaube, das sieht nachher im Raumteil auch ganz gut aus. Gerade beim Raumteil muss man natürlich auch darauf achten, dass es von beiden Seiten und von vorne ganz gut aussieht. Und ja, ihr könnt mal sagen, was ihr von meinem Riff-Opa haltet. Ich denke mir mal, das ist mir ganz gut gelungen. Ja, verklebt habe ich da jetzt noch nichts. Deshalb habe ich da auch einmal so ein Haargummi hinten noch dran, dass der eine erst noch hält. Und zwischendrin ist auch noch irgendwo ein Legostein von dem Lütten. Ja, aber wenn das dann nachher ins Aquarium reinkommt, dann verklebe ich das und wie ich dann den Aufbau mache, das zeige ich euch dann. Ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir noch einmal ganz kurz im Keller runter. Ja, hier ist jetzt das Totgestein. Das habe ich jetzt hier in einem 200-Liter-Fass. Da habe ich das jetzt reingemacht und da ist jetzt Osmosewasser drin, ohne Salz mit mir bisher. Ich habe das schon einmal ausgetauscht, das Wasser, weil das beim ersten Mal doch ziemlich gerochen hat nach drei Tagen. Und ja, hier habe ich jetzt eine Rückförderpumpe vor mir drin, meine alte, von meinem Red Sea Reefer. Und da wird das einmal ordentlich durchgespült. Das sieht man jetzt hier auch schön. Die steht jetzt ganz auf dem Boden und die macht hier ganz gute Strömung drin. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt heute nochmal das Wasser austauschen, werde das wieder mit Osmosewasser befüllen und dann haue ich heute auch mal Salz damit rein. Ja, und wenn dann das Becken da ist, das dauert jetzt ja auch noch irgendwie ein bis zwei Monate. Und dann sollte das Gestein auch dann gut sein, sodass die ganzen Schadstoffe, die da jetzt momentan drin sind, dass die dann raus sind. Und ja, ich bin ein guter Dinge, dass das funktioniert. Ich habe halt auch noch nie ein Becken mit Totgestein gestartet, aber momentan ist es mit dem dem Gestein ja ein bisschen schwierig zu gestalten. Und ja, hier habe ich jetzt 7,50 Euro den Kilo bezahlt, 60 Kilo sind das, habe ich 450 Euro bezahlt. Und ja, wie ihr am Riffaufbau sehen könnt, das war ja der Probeaufbau. Ich finde das super klasse jetzt mit den Riffästen auch und kommt sehr natürlich rüber. Aber ja, ich wollte euch das einmal zeigen hier, wie ich das jetzt gemacht habe und werde auf jeden Fall weiter darüber berichten. Ja, das war es für heute auch schon wieder und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum Schluss geschaut habt. Lasst mir einen Daumen da, abonniert mich und wer es noch nicht weiß, ich bin jetzt mittlerweile auch bei Instagram. Da könnt ihr mich auch mal suchen, das ist einmal aida-aquaristik. Da solltet ihr mich dann finden, da poste ich immer wieder, wenn ein neues Video reinkommt. Und ja, lasst euch überraschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt immer daran, aida bringt euch weiter. Bis dann. Ciao.